Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux und Windows Mac-Hilfe. Heute wollte ich euch einfach nur sagen, dass der Benjamin vor ungefähr zwischen ein bis drei Monaten Pause macht. Plus Minus und zwar ist ihm gestern bzw. vorgestern, wenn ich mich nicht ganz enttäusche, sein Kaninchen gestorben und zwar nach einer einmöchigen Operation. Und ich habe volles Verständnis, dass er jetzt erstmal wieder zu Kräften kommen muss. Also es ist wie bei allem so, wenn ein geliebter Mensch stirbt oder sei es nur ein Tier, dann empfinde man ja dasselbe, klar. Vor allem auch, wenn man mit dem Tier so eng zusammen war wie er, denke ich mal. Und ja, das wollte ich auch nur sagen, dass jetzt wieder zu mir kommen, dann wieder bald welche. Und ja, Benjamin hoffentlich bekommt es wieder neue Kraft und in dem Sinne, okay.